44,855688888889 zu 0,040652777777778 Die Schlacht bei Castillon am 17. Juli 1453 war eine entscheidende Auseinandersetzung zugunsten Frankreichs am Ende des Hundertjährigen Krieges zwischen Heinrich VI., von England und Karl VII., von Frankreich. Ausgangslage Auch nach dem Tod der französischen Nationalheldin Jeanne d'Ars blieben die Franzosen im letzten Abschnitt des Hundertjährigen Krieges auf dem Vormarsch. Die Krönung des englischen Königs Heinrich VI., am 16. Dezember 1431 in der Kathedrale Notre-Dame in Paris zum König von Frankreich konnte dies nicht mehr ändern, hatte doch die Krönung Karl VII., in Reims ein Jahr zuvor eine viel spürbarere Wirkung auf das französische Volk. So eroberten die Franzosen zwischen 1436 und 1441 die gesamte Ili-de-France zurück und 1437 zu Karl VII., in Paris ein. Es folgten französische Eroberungen in Südwestfrankreich und in der Normandie, die nach dem Waffenstillstand von 1444 in den Jahren 1449-50 von den Engländern endgültig an Frankreich verloren ging. Die um ihren südwestlichen Brückenkopf besorgten Engländer starteten daraufhin 1453 bei Bordeaux mit ihrem Befehlshaber John Talbot eine Gegenoffensive, die bei Castillo in eine Entscheidungsschlacht mündete. Verlauf Der englische Befehlshaber John Talbot erhielt für die Aufgabe, den Brückenkopf im Südwesten zu sichern, zusätzliche 3000-Mann-Verstärkung. Seine Armee bestand jedoch auch aus einer unzureichend bewaffneten Anzahl von Gaskonern. Als die Engländer die Stadt Castillon belagerten, befahl der französische Kommandeur Jean Bureau, das Quartier der Engländer mit Gräben und anderen Hindernissen einzukreisen. Zudem ließ er einen Wall mit ungefähr 300 Kanonen errichten. Die Franzosen waren mit etwa 10.000 Mann und schwere Ausrüstung in der besseren Ausgangsposition. Die Chance der Engländer, die Stadt zu erobern, war gering. Am 17. Juli 1453 näherte sich Talbot mit 1300 Rittern, die der Hauptarmee vorreilten, dem französischen Hauptlager. Mit seinem Voraustrupp konnte er der französischen Bogenschützeneinheit zunächst schwere Verluste zufügen. Nach weiteren kleineren Scharmützeln erfuhr Talbots Hauptarmee von einem Booten aus der Stadt, dass die Franzosen sich zurückziehen würden. Talbot handelte rasch, zog seine Armee komplett zusammen und rückte weiter in Richtung des französischen Lagers vor. Dort fand er eine Übermacht im Verhältnis 1 zu 2 vor, befahl aber dennoch den Angriff. Zunächst verlief die Schlacht noch ausgeglichen, doch nach einer Stunde erreichte die Kavalerie des bretonischen Herzogs das Schlachtfeld und umfasste Talbot über die rechte Flanke. Als Talbots Pferd getötet wurde erkannte ein französischer Bogenschütze Talbot und er schlug den fast 70-Jährigen. Die Engländer wichen daraufhin nach schweren Verlusten vom Schlachtfeld und flohen. Folgen der Schlacht Die Engländer verloren nach ihrer entscheidenden Niederlage alle territorialen Besitztümer auf dem Festland außer der Stadt Calais, die erst 1559 an Frankreich zurückfiel. Nach dem Ende des Hundertjährigen Krieges sorgten die drei Dekaden andauernden Rosenkriege in England für Chaos. Dennoch gaben die englischen Könige ihren Anspruch auf die französische Krone erst während der Koalitionskriege gegen das revolutionäre Frankreich. Anfang des 19. Jahrhunderts auf